etwas verspätet aber besser spät als nie kommt jetzt hier auch mein Eventvergleichsvideo zu was sollte alles schon in rot was ist noch rot richtig Erdbeeren zu den Eventvergleichs aus den Erdbeerevents aus dem Jahr 2010, 11, 2012 fand ja kein Start zu viel aus und 2013 also 3 im Vergleich beginnen wir mal mit den Erdbeerevents und sehen wie gewohnt starten wir mit den Ältersten dieses waren statt wenn es wirklich so ist ich war ja noch nicht dabei 2011 habe ich es ja auch glaube ich so sind sie rechtlich bei 2011 auch nicht so so dass man erst jedenfalls war das in den Verstattung 22.6 bis siebte neunten wirklich so ist es eine halbe Ewigkeit eigentlich ich weiß nicht vielleicht wart ihr dabei dann könnte das bestätigen dass es da stattfand würde ich interessiert habe er schon dabei war und dazu gab es dann eine Quest mit sechs verschiedenen Aufgaben wenn man zu guckt hauptsächlich braucht man braucht eben nur normale Erdbeeren die wir eben kennen und es ist die Frage so eine ewige Zeitraum insgesamt sind 10.000 Erdbeeren wenn ich richtig gerechnet habe die benötigt wurden für nur 10.000 Erdbeeren denkt man sich ah und jetzt hier 2013 da braucht man 18.000 Erdbeeren in der Woche 10 Tagen und so warum warum ist leicht erklärt 2010 gab es noch kein Bahmerrahmers im Anpflanzen da gab es war aber noch weit entfernt von einer Waldlichtung ich weiß nicht ob es zu der Zeit wie sie erwähnt war überhaupt auch schon eine wilde Wiese gegeben hat sagen wir mal es gab eben nur den Hauptakt und das für 10.000 Erdbeeren KKC Kübis wenn man lade das gab sowieso nicht Handwerk weil überhaupt kein Thema also das war schon eine richtige Herausforderung aber wenn man das bestanden hat gab es auch ein schönes Alptem zu erspielen das war die Erdbeeren Bruder diese bringt alle fünf Stunden 60 Moospenny und sieht so aus so sei das Erdbeeren 2000 und 10 aus 2011 das auch wieder endlich aus es gab anstatt vom siebten sechsten bis zum zwölften sechsten also deutlich kürzer gab auch eine zehnstufige Quest 3er Aufrufe insgesamt wurden über 20.000 Erdbeeren benötigt aber da wurde er schon vorher längst vorher bekannt gegeben ja erdbeeren kommt also konnte man sich vorher schon eindecken damit es war jetzt nicht so die Katastrophe vielleicht 2010 Sticker sahen und so aus diesen konnte man sich erspielen und auch ein Team gab es das war die sie ist mit Animation war glaube ich wie heißt der Profi Erdbeeren bringt 60 oder 80 EP gab es jedenfalls glaube ich fast die Upgrade sind nicht irre Jo so wie es dazu Zusatz 2000 und 11 aus 2012 wie gesagt fand es eben nicht statt Schlechtwetter fiel aus ne keine Ahnung also wieso es 2012 ausfiel aus 2013 kam es wieder das Erdbeeren vom 22.05. bis zum 30.05. also so früher war noch kein Erdbeeren in der Pharma-Rama-History wie sah es damals aus oder wie sah es dieses Jahr aus es gab keine Erdbeeren normal in dem Sinne zum Abgeben nein es gab eine extra Gewämpflanze diese hieß die Waldbären benötigte zwar auch 3.000 oder so dass man normalen Erdbeeren aber Hauptteil war eben die Wem Pflanzen braucht man glaube ich so viel zu ihr kein Quatsch oder ich glaube es waren so um die 18.000 herum Tropp-Alzheimer der Fruchtsirup das sieht sich so aus davon hat man glaube ich knapp 800 oder 900 benötigt aber bei mir zumindest war sie so wenn dem Check-Video zum Erdbeeren 2 und 3 finde auch wieder wie die Beschreibung verlinkt wie gleich das Erklär-Video und um der Wagen zu tun gar nicht so das Problem komischerweise sondern nun gut es war ja die auch nicht Mistreie dazu und die Christreie die war unterteilt in drei aufgaben oder es gab drei Christen zu ist schuldig drei Christen du musst man eben ein also muss man von der letzten war ein Christreie des jetzt aufgaben aufgabe 6 der man abschließt haben bekamen Zugang zu zweiten Christreie und das ist wie das gleiche Spiel zu dritten und benötigt man eben hauptsächlich im Top-Alzheimer Pflanze aber auch wirklich sehr sehr viele von den anderen Nebenprodukten gibt sie das sind die Zündung von vier angesprochen drei das sind nur mal die Erbe das sind ziemlich ziemlich viel richtig viel zu tun da auch zwei Wendkörbe wieder für 1 90 und 14 Euro nichts großartig ist dabei eben dann die angesprochen ist drei Stikers so aus der finde ich sieht wirklich klasse aus und so die beste App ist die gewisse sagen bis dato und es gab auch ein in den zu spielen dies war der Erbe die Kinder gab es ebenfalls sind Upgrades der Beziger ist abgut bringt 525 und das Ende über 500 jedenfalls so sah das jedenfalls aus nur gut das sind ganz kurz zusammengefasst eben er bei den zu sehen 2 11 zu 13 ihnen kurz zusammenfassung durchlauf wie auch immer was kann ich aus der Resümee ziehen also 2013 finde ich eigentlich muss ich ehrlich sagen weil wenigstens wenn schon erbte wenn dies kann man wenigstens bei 2013 wie gewohnt es gibt es ist das hier in den Plätzen da und da und da und da wenigstens beim Erbe wenn sie mal die normalen Erbe benötigen können oder eben machen können das ist deutsches aber nein man musste dafür selbst wieder eine eigene Wendkanzer das finde ich wirklich schlecht bin ziemlich enttäuscht davor aber von den gewinnen die ziel die was es da eben gab für die 2 13 verbessern da bin ich nur das alte mit 4 und die Körner da auch wirklich viele als auch nicht super futter und die gibt es auch ein paar aus dass von den gewinnen her war 2013 das beste obwohl man 2013 wohl wieder am meisten Anspruch dabei sonst am leichtesten würde ich was sagen aus 2010 da hat man wirklich viel Zeit dafür meiner Meinung nach auch wenn die gewinnen sie nicht so großartig waren auch wenn ich auch nicht dabei war wird ihr vielleicht dabei ich bin über 12 13 bei mir ist es ja bemerkt ja so kann ich das eben sehen und sollen der Elf als positive dass man eben wusste dass erbte mit der Schöne kommen wird und konnte man sich folgen eindecken das war auch nicht schlecht deswegen ist es auch schwer zu sagen also das beste ist finden sie alle irgendwie so gleich mit der eine ist das positiv bei der anderen wieder das hier schwarz zu sagen aber was denkt ihr ihr ist das beste ist er gewendet bis dato in vorma der Meinung zählt könnte gerne schreiben und damit sind wir gespannt und warten gespannt auf das erdbevend 2014 so werden es dann eins geben wird wir sind zwar noch ein bisschen fährt davon noch ein Jahr aber nun gut dann melde ich mich hoffentlich wieder zurück